Anja Kruse, hallo. Na, vermisst du mich? Mhm. Du bist stark. Ich hab Sehnsucht nach dir. Bleibst du nur eine Weile da? Ja, natürlich. Sehr gern. Ich hab Sehnsucht nach dir. Ich muss jetzt langsam aufhören. Ich muss auf die Bühne. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ich hab Sehnsucht nach dir. Ich hab Sehnsucht nach dir. Ich hab Sehnsucht nach dir. Untertitelung des ZDF, 2020